moin moin hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mad games tycoon ich bin der lazy lp und wir sind dabei also halt stopp nachfolge entwickeln dort hier rein wir brauchen wachs 50 soll aber nach 20 prozent dass einer drin ist gar nicht gut vielleicht sollten wir noch mal kommen hier was ist hier so 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 für peoples gibt die vielleicht sogar ein bisschen programming kann programmieren und auch ein bisschen da ein bisschen game design dort und ihr beide grafiker und noch doch nicht 333 wir sind schon voll wunderbar hier schon halb von 16 drauf ist das nicht hammer ist das nicht hammer man ja ja ein bisschen schneller würde 80 93 man könnte schlechter programmieren nur einmal so es gibt hier ziemlich viel 22 22 hier sogar dreier aber in bloßen 4 dollar nein dann nehme ich lieber hier für 6 dollar ach so nehmen wir sind denken da müssen wir ein bisschen umdenken hier gibt es 7 dollar denkspiel der erste zweier denkt 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 hier 5 dollar ich glaube das lohnt sich nicht die die bei da ist ja schon so ein hype drauf dann kann ich hiermit bestimmt besser komme ich besser denke ich ich weiß nicht wir werden sehen 50 spiel veröffentlichen ja dritte plattform hoa tschakka sagen warum kommen 50 60 70 1 3 kann man liebt sich 76 77 da thema dann trägt und jorge im trend grafik ist auch super wunderbar natürlich erst mal minus wir müssen mal eben hier kommen sagt du bist gleich tot mit 47 dort bist auch nur noch bei 100 wir können hier einmal patch entwickeln da die vier und was war das bei teleport ist was mehr einsteiger freundlich wo sind denn jetzt hier die meine spiele fanbriefe da teleport war einsteiger freundlicher ok und super malo wird ja toll welches mehr sprachen na ist egal entweder haben wir jetzt in beide noch sprachen rein und dann noch reinhung kommt der mann über 5000 stück trotzdem noch oder wir wir patchen jetzt erstmal ein bisschen updaten 431 maximal 5 da mache ich immer kommen wir fangen hier mit dem zweiten an erstmal zweites patch dahin die teleport ist sowieso tot das ding hier ist auch so gut wie tot deswegen brauchen wir nur noch um die drei hier eigentlich kümmern ja wir lassen wir erstmal normal laufen nein wir können auch vor der poli laufen lassen ihr seid fertig dann macht ihr nämlich schon mal ein spiel update und das war jetzt für telefon er ernst ich mache ich mir nicht so normal macht ihr alles klar dass da oben kriegt keins mehr dann machen wir das neue schon video game plus 50 prozent verkaufte spiele die computerspielbranche verzeichnet einen starken aufsprung in den nächsten monaten werden sich alle spiele deutlich besser verkaufen wir kriegen auch noch auseinandergenommen wir haben 95.000 plus damit macht mit unserem allerersten spiel obwohl das gar nicht mal so gut war ihr dürft euch ein bisschen was ein dein publisher hat für das spiel super malo 6 haben wir hier und da haben wir noch hier drauf sollte bis auch gleich platt wunderbar da haben wir 66 15 da 14.500 gleich am ersten in der ersten woche verkauft ein bisschen schneller bitte ihr seid jetzt gleich fertig super malo 110.000 wunderbar und hier gibt es auch noch mal kohle für unsere geschickt im engine damals gewinnen da wir kriegen 20 prozent das heißt 100.000 kriegen wir davon ab weil das unsere engine war plus die 10.000 macht 111 946 dollar checker und dann für befeind hat unsere denk engine erst mal den kann wieder weg lizenziert sprich kassieren wir schon mal 10.000 für plus 20 prozent vom gewinn ja das war das denn jetzt ich glaube hier hatten wir gleich neues update ich glaube so lange sollten wir fahren mit nachfolger von dem hier das ist ja von dem ersten super malo world das zweite super malo world ist das echte super malo world teleport läuft super wir machen hier ein heiden gewinnt das hier ist reines reines fischgold ja ja wunderbar ihr seid fertig es gibt mich hier ein feature und zwar die pc speaker music wir machen hier machen wir machen wir machen wir noch welches wir haben hier 21 das geht jetzt auch gleich auf 1 solange noch nicht so lange das nicht fertig ist machen wir hier auch wunderbar dann dürft ihr hier teleport zwei auch noch mal ein abdaten fertig ist was ist hier los mehr heizung und dann verschiedenes heizung die dinge hat die kann man hier nämlich schon was denn so hat fertig auch wenn es ein bisschen ungesinnt ok jeder da wir haben genug kohle um eigene spiele zu produzieren wir können jetzt selber publischen ist das nicht geil weil wir eine millionen echtes kapital haben sprich wir haben unser geld und wir haben auch schon 55 produktionsaufträge bloß wir können hier keine produktion reinbauen die pflanze können wir die umständen geht nun mal hier ein bisschen getränke haben weil wir brauchen größere 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 produktionsräume wir müssen eigentlich umziehen wong kong und mini money also das hier sollte unser nächstes projekt eingehen ich meine überlegen ob wir erstmal hier rüber gehen was damit so groß ist was natürlich auch schon geil ist aber da kriegen wir dann auch nur hier das hier in doppelte ausführung rein okay wenn wir das andere dann freuen mit produktionsdinger machen so duf 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 da passen schon mal drei sechs oder fünf und dazu noch so ein kleines ding ins kirchen weil ich kann sich auch gegenseitig unterstützen du für dich weiß so ein kleines lager sondern und dann können wir hier wieder zwei so wohl ich würde lieber größere machen zu achten oder ein achter vielleicht sogar ja ich weiß nicht ziehen wir ziehen wir nicht um ja schreibt es in die kommentare ich weiß nur noch nicht wann ich das umsetzen kann weil diese folgen hier die ersten zwei die schon gelaufen sind plus diese folge die kommen gleich schon am ersten zweiten und dritten dezember und die woche drauf habe ich eigentlich auch schon mal gucken zwei nur zwei folgen geplant also kommen noch zwei folgen und dann kann ich jetzt das umsetzen was ihr hier unter die ersten drei geschrieben hat falls ihr was schreibt dann können wir das machen wird was machen wir mit euch denn jetzt engine geht noch nicht nichts ja dann müsst ihr da unterstützen wir haben ja schon genug aber die sind jetzt fertig sagt das ist viel besser dort unterstützung abbrechen die kriegt den sound dazu neue neue engine dann kann man sogar auf 21 prozent gehen ihr dürft so lange hierbei gehen ja mir doch egal macht so was man los geht's mir fällt gerade ein weil ich das vorhin gesehen habe dass er einer krank war erster hilfeschrank dein hand dein hand dein hand das bräuchte vor braucht man das eigentlich mal alle genrenne automatisierung beenden ihr seid fertig dann dürft ihr die andere engine machen das wird auch die 0 5 und auch auf 21 prozent 21 dort wunderbar und los geht's so haben wir sind schon bei 1 halb mehr jungen ja wie gesagt ich warte natürlich noch ab ja ihr macht das was eure meinung ist ob ihr eine meinung habt dazu zu machen wir mit euch ja die machen ganz normal super mal oder zwei wunderbar das ist klempner spionage denkt geschickt ist das denk ich dachte schon jetzt habe ich was falsch gemacht das ganze natürlich für den pt und natürlich für katari da gibt es was gleichwertiges noch da kommen den opel 2 den brauchen wir weil wenn wir bald umsteigen auf die plus dann gebild problem ja 12 nach da 12 nach da 12 nach da ja leider wissen wir auch nicht viel mehr und teleporter 2 in der teleport ist ja egal einstieg freundlich und hätten sich mehr funktionen gewünscht bei super mal über mehr sprachen ja das machen wir da jetzt mit nur drauf achten ob wir hier drauf mehr zack fertig natürlich alles rein hier und hoffen dass das gut geht einmal volle polypolle 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 hier seid fertig machen wir machen wir machen wir machen wir noch nicht eigentlich müssen wir hiervon schon nachfolger machen aber ihr dürft ihr dürft ihr dürft ihr dürft ja hier haben wir ja nicht dann dürft ihr hier von oben runter einmal noch abdehnen wie kann man sie sagen so gut sei die auch nicht ich weiß mitarbeiter aufbauen kann ich dann kriegst du natürlich auch noch 1 ist der soundstück haben wir nicht besser grafik ja super mal über 100 studie des jahres haben wir nicht spiel des jahres haben nicht schlecht ist das spiel des jahres teleport minus 200 also haben wir minus 1000 ja aber noch 124 super dieses jahr war so erfolgreich 1.200 fans tausend sind wir abgeschraubt ich glaube mehr was da steht als wie es ist als unsere eigene meinung habe keine eigene meinung 24 20.000 kommt ja mal an halb tausend schon mitgemacht also die 100.000 haben sich gelohnt ja wir veröffentlichen das da wieder über eine neue rekorde aufgestellt dann denk 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 geschick geschickt ist denken drei sterne auf 55 ist in ordnung sagt aber ab da wo es vernünftig wird hier vier dollar hallo dort ganz oben war man denkt da sieben damit fahren wir eigentlich ganz gut machen auch weiter ich habe der meinung dort 40 50 60 70 80 81 82 380 80 86 86 grafikzaun thema im trennen jonge im trennen und spiel spaß war wunderbar 86 prozent das hört sich doch schon mal super an sondern erst mal patchen oder man wie patch ist das ja hier fertig dann dürft ihr auch gleichzeitig hier unterstützen erst mal patchen gepatcht was machen wir machen hier erst mal auftrag habt ihr alle was zu tun mit sechs mann könnt ihr dabei gehen weil wir müssen warten bis das fertig ist das ist auch gleich fertig 67.500 halleluja das hat sich hat schon ein drittel nach einer woche von dem nach 24 wochen man über ein drittel ja jetzt bin ich platt wir fangen wir fangen an es gibt den zweiten teil aber die erste leute immer noch wie sie ist gleich erforschen sagt du zack 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 so an auftragsarbeit ist fertig dann machen wir hier drei haben wir hier vergessen dann machen wir das jetzt mal eigentlich wollte ich das dann so immer so lassen egal sagen wir sind hier jetzt schon bei 800 71.000 verkaufte stecken so dann können wir jetzt hierbei gehen wo ich volle pulle war du hast genug geld um eine eigene spielekonsole das heißt wir haben fünf mille 5 millionen dollars haben wir auf dem konto also jetzt ja alles nix wir müssen umziehen nur woher ist die frage lassen wir es beim kleinen oder sagen wir gehen gleich ins große lagerhaus kostet 4 millionen haben wir noch 1,2 millionen wir kriegen für unsere einrichtung auch noch ein bisschen was raus wird wahrscheinlich ein bisschen zu teuer sein eventuell können wir auch ins mittlere da haben wir dann noch mal 120 pünktchen mehr ist ungefähr fast das doppelte wie dieses hier was wir hier mehr haben als im kleinen zwischen kleinem und mittleren bürogebäude bin ich jetzt noch am wählen aber ob wir es machen oder nicht seht ihr in der nächsten eigentlich müsste ich in der nächsten folge machen nur was ich mache das werdet ihr dann sehen das weiß ich jetzt nämlich noch nicht ich merke es mir hoffe ich würde jetzt nämlich speichern ist gespeichert habt ihr mitbekommen wir sehen uns in einer weiteren folge hier vom adgames tycoon ich bin der lazy lp und ich bin frohs bis dann auch bei bei